Hi zusammen, hier ist Babel. Heute gibt es ein neues Video. Dieses Video ist nicht an Fotografen gerichtet, sondern an Filmer, YouTuber, Influencer und alle, die mit Video zu tun haben. Bleibt dran! Heute habe ich für euch was mitgebracht. Und zwar hat uns die Firma DJI etwas zugeschickt. Vielen Dank an diese Stelle. DJI Mic. So sieht das aus. Wenn wir das aufmachen, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine ganz interessante Erscheinung. Anders, als ich das von anderen Herstellern kenne. Das, was DJI mir jetzt zugeschickt hat, da haben sie wirklich an alles gedacht. Es ist jetzt kein Werbevideo. Die haben uns das zum Testen zugeschickt. Und wir kriegen täglich Anfragen von verschiedenen Firmen. Wirst du das testen, wirst du das nicht testen und so weiter. Und wenn wir was testen und uns das nicht gefällt, dann machen wir natürlich kein Video. Aber hier habe ich gesagt, okay, also da mache ich sofort ein Video, weil das Teil hat mir gefallen. Werden wir uns ein bisschen über Details unterhalten. Das ist eine Box, wo alles drin ist. Also dieser Funk-Mikrofon-Set hat einen modularen Aufbau. Das heißt, wir haben ein Ladecase mit USB-C Anschluss. Und vorne, das sieht man jetzt nicht, aber das sind die Lämpchen, die Ladestatus zeigen. Das heißt, alles, was wir aufladen wollen, ist in einer Box drin. Wir brauchen keine drei, vier Kabel, sondern wir arbeiten nur mit einem Kabel zum Aufladen. Das ist natürlich sehr gut. Wenn ich diese Box aufmache, sehe ich hier sofort eine Anzeige. Das kann ich auch gerne zeigen hier. Das heißt, die Mikrofone connecten sich automatisch mit dem Empfänger. Und wir haben zwei Mikrofone. Zum Beispiel, Micho und ich drehen ein Video, wo wir beide was zu sagen haben. Meistens habe ich was zu sagen, Micho nicht, ja. Aber im unwahrscheinlichen Fall, dass wir beide was zu sagen haben, können wir beide mit den Mikrofonen arbeiten. Und zwar mit diesen Mikrofonen. Diese Mikrofone, das sind die Sender. Das heißt, wir werden das zum Beispiel am T-Shirt befestigen. Dazu komme ich ein bisschen später. Und hier oben sieht man Mikrofoneingang. Also nicht Eingang, sondern Mikrofon selbst. Und dazu gibt es auch noch so einen Windschutz. Nutze ich nicht so oft, weil bei Wind drehen wir eigentlich selten. Aber es hat auf jeden Fall Vorteil, wenn wir sagen, okay, haben wir Zweifel bei Wind, dann können wir natürlich mit so einem Windschutz arbeiten. Und kommen wir jetzt gleich zum Befestigen. Wie befestige ich das? Hier gibt es so einen Clip. Können wir entweder am T-Shirt befestigen oder am Hemd. Und das Schöne ist, wir haben hier gleich noch ein Magnet. Und dieses Magnet ist sehr stark. Also das heißt, dieses Teil, dieses Rechteck kommt unter das Hemd. Das kommt auf das Hemd drauf. Oder umgekehrt. Wir können natürlich diese Sendereinheit mit Mikrofon unter dem Hemd oder unter dem T-Shirt tragen. Habe ich ausprobiert, funktioniert auch. Und das ist magnetisch befestigt. Und Magnet ist wirklich super, super stark. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas dickeres Hemd oder dickeres T-Shirt trage, funktioniert das auch. Ja, also so viel dazu. Hier gibt es auch einen Anschluss für externen Mikrofonen. Das heißt, wenn ich eher mit einem Kabelmikrofon arbeiten möchte, diese Sendeneinheit kann ich in der Tasche verstecken, hier mit dem Kabel verbinden und fertig. Das ist aber noch nicht alles. DJ hat an alles gedacht. Angenommen, wir haben Probleme mit Übertragung. Zum Beispiel Betonwände oder sonst irgendwas. Wir können auch intern aufzeichnen. Und das gibt es nicht überall. Also da hat es mir sofort gefallen, weil wir sagen, okay, wir zeichnen das so live auf. Zum Beispiel, wenn wir mit iPhone drehen oder mit der Kamera. Und parallel dazu zeichne ich intern auf als Backup. Und das ist genial. Also, wenn ich mit Backup arbeite, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, wenn ich das Video später bearbeite. Wenn irgendwo ein Funkloch entstanden ist, durch Metallbeton, wie ich schon gesagt habe. Dann kann ich diese Backup-Spur nehmen, Audiospuren austauschen, fertig. Ja. Jetzt kommen wir zu der Frage. Also wie gesagt, zwei solche Sendeneinheiten, kann ich nochmal kurz zeigen. Die sind sehr klein. Beide mit Magnet, beide mit internen Mikrofonen. Hier gibt es magnetischen Windschutz zum Aufklappen, zum Aufklippen. Und das ist das, was wir quasi zum Aufzeichnen brauchen. Kommen wir jetzt zu der Empfangseinheit. Empfangseinheit, das ist das hier. Auch super klein. Die Mikrofone, die zeichnen schon auf, was ich erzähle, weil ich ziemlich lange rede. Obwohl Mikrofone ziemlich weit von mir entfernt sind. Wie kann ich das befestigen? Ganz einfach. Also wir haben hier einen Clip. Mit diesem Clip können wir jetzt quasi einen Blitzschuhadapter einbauen. Seht ihr das? Also das ist sehr klein. Und ich habe gleich einen Clip, wo ich diese Empfängereinheit auf einer Kamera befestigen kann. Super genial. Ja, das ist gut und schön. Aber wenn ich zum Beispiel mit meinem iPhone drehe. Ja, das ist 13 Pro Max. Wir drehen damit sehr gerne. Brauche ich das? Ja, eigentlich schon, wenn ich Stativ benutze. Aber wenn ich kein Stativ benutze, was passiert dann? Ich habe hier die Anschlüsse für USB-C und für Lightning von iPhone. Und das kann ich hier genauso hier reinstecken. Hier ist auch markiert mit den Pfeilen. Ich habe jetzt automatisch Anschluss für Lightning. Das heißt für mein iPhone. Und schaut bitte. Klack, ist drin. Das heißt, ich brauche kein Stativ. Es ist schon befestigt und ich kann direkt loslegen. Micho und ich gehen jetzt in die Stadt und werden mit iPhone und DJI-Mig Set wieder drehen. Ja, das heißt, er kriegt ein Mikrofon. Ich kriege auch ein Mikrofon. Wir werden mit diesem iPhone drehen. Und dann könnt ihr selbst schauen, wie das jetzt mit dem Ton ist. Beziehungsweise nicht schauen, sondern hören. Das ist ganz wichtig. Großer Unterschied. Ja, und dann können wir natürlich mit interner Aufzeichnung machen. Also direkt im iPhone mit Ton. Und wir können mit Backup arbeiten. Das probieren wir jetzt beides aus. Wie ihr seht, haben wir jetzt diese Mikrofone da. Ich habe das am T-Shirt befestigt. Bei Micho ist das jetzt auf dem Kameragurt. Sag etwas, was die Leute nicht hören. Also funktioniert, ja. Es leuchtet grün. Auf jeden Fall. Grüne Glühwürbchen. Also wir machen jetzt ein paar Tests. Wir gehen jetzt in die Stadt. Wir werden auf dem iPhone aufzeichnen. Also quasi mit Funkübertragung. Und dann werden wir noch testen, wenn wir interne Backup-Aufzeichnungen machen. Das werden wir dann entsprechend einblenden. Bis gleich. Wir haben so ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil es findet gerade eine Demo statt. Ja, Demo, Polizeiserien. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber das werden wir später erfahren. Aber wir wurden jetzt quasi entfernt. Wir haben uns entfernt von dem iPhone, was uns gerade filmt mit DJI-Mic. Die Entfernung war circa 80 Meter. Ja, und wir unterhalten uns jetzt gerade still und leise. Wobei er redet, ich höre zu. Ja gut, also du hast sowieso nicht viel zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir quasi jetzt Entfernungstest machen. Gut, rechts und links Beton, Steine und so weiter. Auf jeden Fall die Konstruktionen, die für Funksignale nicht so optimal sind. Aber das war jetzt quasi Entfernungstest im Freien. Wir machen jetzt einen richtigen Härtetest. Bist du bereit? Okay, super. Wir haben vorsichtshalber interne Aufzeichnung gestartet, weil Micho wird jetzt hier durchs Tor gehen, nach links und wird irgendwann mal hier auf der Brücke landen. Und während er läuft, wird er irgendwas erzählen. Ich werde auf jeden Fall nichts sagen, damit ihr nur Micho hört. Und dann testen wir einfach mal, ob Funksignal reicht durch dieses dicke Haus und durch diese Steinhindernisse. Okay? So, Micho, dein Auftritt. Du kannst laufen und ich halte die Klappe. Also die Reichweite soll sehr weit reichen. Tolles Fortspiel. Aber wenn das jetzt hier mit der Betonmauer und der Distanz immer noch funktioniert, ohne dass ich auf den Backup zurückgreifen muss, das wäre schon beeindruckend. Also gerade jetzt laufe ich am Eisentorf vorbei und jetzt biege ich links ab und dann müsste Pavel mich auch nicht mehr sehen. Wir sind jetzt hier gerade in Nürnberg, um den Workshop vorzubereiten. Also zumindest in der Innenstadt ist alles so monochromen Sandsteinfarben. Sehr beeindruckend. Also wer von euch mal Zeit haben sollte, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Jetzt befinde ich mich auf der Brücke und wenn ich nach links schaue, dann müsste ich jetzt gleich wieder den Kaplun sehen. Bist du fertig? Bitte? Bist du fertig? Dann komm zurück. Das war's. Jetzt habt ihr gesehen, DJI-Mig Audio-Set mit zwei Funkmikrofonen. Jetzt haben wir getestet in Kombination mit iPhone. Wir drehen unsere Videos draußen meistens mit dem iPhone, im Studio mit der Kamera und das hier gilt für draußen, für drin, für alles. Also wirklich, ich hab getestet. Es hat mir Spaß gemacht. Das Gerät ist wirklich ganz gut und ja, wir werden das jetzt nutzen. Wer sich mit Video, mit Vlogging, mit YouTube-Videos, mit anderen Videos sich beschäftigt, der kann natürlich sich gerne so was anschauen. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zu eurem Equipment. Und das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einen Like, abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied unseres Kanals, weil Mitglieder unterstützen uns bei unserer Arbeit und vergesst nicht, bei uns im Shop vorbeizuschauen. Wir haben viele neue Produkte zu Themen Fotografie, Bildbearbeitung in Lightroom, in Photoshop. Wir haben ein neues Buch, moderne Tierfotografie. Wer das noch nicht hat, kann sich das gerne bei uns anschauen und natürlich viele andere interessante Sachen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht schöne Fotos. Macht gute Videos mit gutem Ton und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Ciao.